einen schönen guten morgen ja 31 12 2021 ich will es mir nicht nehmen lassen dann noch mal aus meinem von meinen lieblingsorten den wald zu berichten und hier finde ich entspannung hier finde ich ja wege mich zu entschleunigen und kreativ nachzudenken ja was wir tun in welcher welt wir leben und auch letztlich zu sagen hier kommst du mal runter nicht dass du die spule überdrehst und nicht mehr so souverän rüberkommt wie das sein muss ja einen schönen guten morgen ja 2021 sagt geschrieben ist schnell vergangen was haben wir nicht alles erlebt dinge die wir uns viele von uns hätten nicht träumen lassen wie es gekommen ist und deshalb ist es notwendig 2022 mit souveränen gesprächspartnern anzugehen mit menschen die an den entscheidenden stellen sitzen wir werden in 2022 aus dem innenausschuss berichten des bundestages wir werden aus dem auswärtigen amt berichten ausschuss auswärtiges und wir werden aus dem gesundheitsausschuss berichten und wir werden immer bemüht sein hier dem tatsachen und dem charakter dessen was wirklich ist so nah wie möglich zu kommen aber es ist schön wie 2021 gelaufen ist die vielen unterstützer ja menschen haben uns geschrieben die angehörige verloren haben thema kinder impfen es gibt eine menge herausforderung aber nochmals ist immer wichtig wie einfach anfangs gesagt lasst uns den dingen souverän begegnen lasst uns nicht überdrehen denn das ist ja letztlich was in einer provokation liegt dass menschen provoziert werden und dann ihre souveränität verlieren das werden wir nicht und das werden wir gemeinsam erreichen ja der 31 12 geht ihn ruhig an bleibt ruhig und ja besinnt euch auf die dinge die ihr in eurem umfeld habt und auf familien und ich sage wirklich unsere hallo meinung familie dass wir zusammenhalten und uns zeigen es ist nicht die stille es ist nicht die stille mehrheit sondern es ist die stille mehrheit die letztlich hier anders denkt und die einfach nur wieder in einen normalen diskurs kommen will ohne dass sie kriminalisiert wird wenn sie auf die straße geht wenn wir spaziergänge machen denn letztlich ist es ja so liebe zuschauer und liebe freunde was haben wir denn für eine andere möglichkeit wenn die politiker ihren eigenen weg gehen und sagen ja gut was das volk denkt ist mir egal oder ist uns egal und wenn die presse in dem spiel mitmacht und verschiedene organisationen die sicherlich daran partizipieren ne also es ist mir eine freude und es war mir wichtig mich hier nochmal zu melden und ich wünsche euch einen guten rutsch bleibt gesund diejenigen die an gesundung noch etwas zu tun haben wünsche ich dass sie schnell gesund werden und es freut mich wie ihr uns begleitet und bedanke mich bei dem team ich bedanke mich beim gesamten umfeld und bedanke mich auch bei den menschen die für uns schreiben die beiträge verfassen menschen die kommentieren menschen die uns hinweise geben ich sage danke und bitte euch wirklich verliert nicht die souveränität auch nicht bei spaziergängen denn das ist das was gewollt ist und lasst uns das nächste jahr mal überlegen was wir tun was wir noch mehr tun können und hier auch unseren uniformträgern bei der polizei bei der bereitschaftspolizei bei der unterstützungskommandos dass wir sagen ihr seid menschen und überlegt ihr seid genauso betroffen mit euren familien und lasst euch nicht in dieser form zur speerspitze machen gegen die eigenen bürger gegen den souveränen ich wünsche euch einen guten rutsch und wir bleiben uns treu auch 2022 und bitte sonntag den 2 januar 2022 17 uhr nicole höst ist mein gast mitglied des deutschen bundestages ja und sie ist gymnasiallehrerin war für die gymnasien verantwortlich also eine frau die etwas zu sagen hat mit einem hohen glaubwürdigkeitscharakter ich wünsche euch was passt auf euch auf bis dahin sonntag 17 uhr herzlichen dank sagt der peter weber und das team tschüss